guten morgen ja heute ist unser erster drehtag ihr habt ja immer geschrieben ihr würdet gerne noch mal frank und elke im tv sehen heute ist es soweit drehtag nummer eins heute samstag der welchen haben wir heute ach den zweiten zweiten zwölften haare liegen fast da muss aber noch hat rein elke hallo da ist ja also normales reality fernsehen so wie man es früher kannte ohne trash ohne alles einfach nur ganz normal wie das leben so spielt ich finde natürlich noch mehr informationen demnächst geben dazu ja seid gespannt wird auf jeden fall total lustig und schön und auch aufregend was ja doch ja weiß ich nicht ob es lustig wird auf jeden fall sind wir gut drauf oder ihr zwei auf jeden fall ja wir haben neun uhr morgens und normalerweise kann man sagen nee stimmt ja gar nicht samstags kann man gar nicht ausschlafen ja um 9 uhr ist die elke bei der arbeit und ich bin um 9 uhr bei der mama das musste ich aber diesmal verschieben ich glaube da kommen sie okay wir wünschen euch einen schönen samstag ich werde ein paar kleine videos machen zwischendurch soweit ich kann und was ja klar schaffe ich das okay dann wünscht uns viel spaß und ja es wird schon aufregend alles klar bis später schönes wochenende ach nee wir sehen uns ja später noch alles klar tschüss